Moin, Minus! Moin, Jungs! Und weiter? Ich bin's wieder, euer Katz! Wie das Mikro es einfach nicht hinkriegt. Ob ihr es so richtig hoch geht? Gah! Er hat aber die Technik kaputt gemacht. Scherzi, geht's dir gut? Ja. So, Freunde, jetzt geht's wieder weiter mit Gatic Phone, dem Poster-Mode. Tonier geht ja schon die ganze Woche, nicht wahr? Sto geht ja schon die ganze Woche. Ja, Söze natürlich wieder am Start. Man sieht's ja auch hier, Papo, Kalle, Henno, Sterze, Gnu. Der Henno hat in der letzten Folge bei Papo, könnt ihr ja mal vorbeigucken, richtig, richtig nachgezogen, Digga. Ist, glaub ich, mit null Punkte reingestartet, hatte fünf Punkte. Ja, ich hatte ja davor minus zwei. Eigentlich wär ich jetzt auch auf sieben. Scheiße! Ja, ja, schade im Arsch. Na ja, gehen wir mal rein, Gnu, startet die Runde. Wer wird der Verräter sein? So ein geiles Turnier. Und Karl, ich find's ganz süß, dass du nochmal so eine kleine Review auf Papos Video gemacht hast. Danke, Digga. Ey, Kalle, ich hab dich so lieb. Ich auch. So, jetzt halt deine Schnauze. So, weiter geht's. Was? Also, wenn wir alle auf Fertig drücken, geht's tatsächlich weiter. Dann geht's tatsächlich auch schneller. Ja, also, nur falls sie es hat. Nee. Sorry, meine Maus ist grad leer. Ich fühl mich eigentlich wieder. Nein. Ich muss eben nur mal die Kugel rausnehmen. Wer drückt denn da nicht? Ja, ich hab doch grad gesagt, dass meine Maus alles ist. Ich musste sie kurz anschließen. Oh, Mann. Ich hasse dich. Soll ich denn das jetzt wieder malen? Also kein Pfeil, gell? Nee. Du bereitest dich gut drauf vor. Ja, super. Dann haben wir jetzt verloren. Das ist schon ziemlich accuracy. Also mit manchen Begriffen kannst du dich ja nur verdächtig machen. Mit Accuracy? Nee, mit manchen Begriffen. Accuracy? So. Ist da noch so ein Blatt dran? Scheiße. Hand of Blood, ne? Mhm. Mit dem Schlingel. Ja. Ja, ich denke mal. Ich glaube, deutlicher geht's nicht. Ach, man kann das so ein bisschen falsch verstehen. Boah. Weiß ich nicht. Ich glaube, deutlicher geht's nicht. Was geht ja? Deutlicher. Nein, ich leg mich fest, Digga. Hallo, was hast du heute gegessen? Heute? Hast du was auf dem Bild ist? Nee. Tatsächlich nicht. Aber bei mir gab's heute Sushi. Was bitte? Sucuk? Sushi. Gnushi oder Sushi? Na, Sushi. Na, Gnu. Gnushi. 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 Ich esse nie wieder Sushi. Alle, was denn heute in den Hörnchen? In den Hörnchen ist heute so ein richtig schöner Leberkäse, der aber schon drei Wochen alt ist. Was soll das sagen? Ja, das können verschiedene Dinge sein, Digga. Warum ist da ein Herz drauf, das irritiert so hart? Gnushi. 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 Sushi. Naja, das wissen ja ganz viele nicht. Das stimmt gar nicht, Kalle. Ach, das stimmt. Warum laberst du jetzt? Bist du wirklich halbdrückig? Bist du wirklich halbdrückig? Ja. Nur er heißt auch Ali. Wie oft noch? Alter, ich wusste das all die Jahre nicht. Larn. Larn. Was? Dabei komm ich drauf ein, weil ich nicht ultra verarscht werden bin. Nein, nein, das ist wirklich so. Also, nein, das ist kein Scherz jetzt. Ich bin wirklich halbdrückig. Arsch bin ich wirklich? Ich bin wirklich halbdrückig jetzt. Welcher Part? Ja, nur der Oberkörper. Aber ich kenn meinen Daddy nicht. Ich kenn meinen Daddy. Also, Daddy, falls du das hier siehst, schreib doch mal in die Kommentare. Oh, mein Sohnemann. Loll, Kalle spinns doch. Ich versuch dich andauernd in den Twitter-DM's, Digga. In den Kommentaren. Aber auch traurig. So, gut. Wait, Kalle, ich glaub du bist mein Sohn, Digga. Wait. Wait, Kalle, ey. Kalle's DM ist jetzt voll mit irgendwie 80 Leuten. Hey, was ist denn das? Jetzt sind alle mein Vater. Was soll denn das? Ihr seid alle meine Daddies. Oder Pirat? Oh, Scheiße, Digga. So, ich darf ja nix sagen. Boah, sorry, ich kann's nicht entziffern. Du musst halt immer damit rechnen, dass hier Kacke sei. Wenn wir den fertig drücken, dann können wir direkt weitermachen. Wenn wir jetzt fertig drücken, dann macht Papo einen Backflip. Lass doch mal alle drei Kreise durch. Weitermachen, können wir direkt fertig drücken. Unter Tasse. Okay, du bist... Also wenn jetzt das Herzding kommt... Ja, aber das ist doch scheiße. Ich hab euch doch gesagt, dass ich das jetzt nicht mit Pfeil zeigen kann. Mach doch ein Ufo. Ah, deswegen, du hast das Herz gemacht, damit es ein Pfeil ist, der da unten zeigt, ne? Ne, aber eine Tasse kommt doch immer ein Herz drauf. Könnte ich mir nicht verwehren. Aber ist ja auch gut gegangen. Ist ja Glut gegangen. Das ist halt nicht so gemein. Ach, nur hast du heute so'n Tag? Ja. Ist ja dünnhäutig wie so'n Glut. So. Ich finde den hab ich richtig gut gemacht. Ja, richtig geil. Alter. Dagegen ist mein Esel auch... Der hat fast dieselben Haare wie Kapo. Ja. Oh, Schorischek. Ja, richtig schön. Also Daddy, schreib in die Comments. Wenn dir dieser Esel gefällt, dann oute dich. Wenn du mich erkennst. Aber stell dir grad den Esel an. Ja, aber eigentlich irgendwie am... Oh Gott, bless. Ja, das... Ja, aber Kalle, du hast da noch Knochen dazu gemacht. Damit man weiß, dass das ein Schädel ist. Ja, das kann auch... Einfach Piraten-Logo... Ja... Ja, aber Papa hat's ja richtig verkackt. Guten Schädel sagt ja niemand. Ja. Auch zwei Wörter wie Low. Einfach zwei Wörter schreiben, wenn man... Weil man nicht die Eier hat da. Oder die Eierstöcke, Digga. Guck mal, der Zeno hat Totenschädel geschrieben. Statement. Ja. Ich hab hier Punkte gesammelt. Jetzt kommt mein Bild, Leute. So, das ist ja wohl richtig schwer. Das ist wirklich schwer. Aber ich finde, wir haben es als Gruppe... Als Gruppe haben wir es richtig gut gelöst. Ja. Warum als Gruppe? Na bei... Also das ist jetzt zum Beispiel... Alter. So. Alter. Danke. Das ist schon nicht schlecht. Warum bin ich jetzt verdächtig? Ähm... Weil man das Auge nicht sieht. Papier. Das Spiel denkt, es wäre schlau. Aber wallah, es ist nicht schlau. Aber wallah, es ist nicht schlau. Vielleicht war das auch so deine Taktik. Soll ich jetzt hier gewinnen? Das ist eine Zitrone. Ja. Ne, ne, das ist ein Apfelkalle. Alter, das ist eine Zitrone. Ja, ja. Mal schauen. Ach, ist auch eine Zitrone. Die haben die Bündchen. Und wie sind denn immer so ein Blatt? Sehen die so aus? Ja, die haben Blätter. Schau, 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 schau. Ja, 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 ja. Okay. Also ist einfach niemand verdächtig. Doch, doch. Es sind die Leute. Also ja, aber für mich... Ist so richtig, ne? Schwierig. Dann ist es genug. Warum? Weil sie sich wieder nicht traut. Ne, warte mal. Es könnte auch Kalle sein wegen des Esels, dass er versucht das zum Pferd zu umwandeln. Den richtig scheiße zu machen. Nein, nein. Das war ja richtig. Er hat dann auch noch darüber geredet, dass für die Community hier, für die türkische Community auch was dabei. Ja, und er aufruft... Das hat Blue gesagt. Das hab ich gesagt. Echt? Aber Kalle, du hast doch erkannt. Ja, weil ich halbtürke bin. Ich will gerade für dich argumentieren übrigens, ne, falls du nicht verstehst. Wenn Hello auf mich losgeht, dann ist er's. Dann ist genug. Ich hab eh schon abgestimmt, also. Scheiß drauf. Ich hab noch nicht... Ich geh jetzt... Ich... Ja, ich glaub es ist... Ich weiß es nicht, man. Ist mir auch alles egal. Hä, wo ist denn sterzig? Er ist nicht verdächtig. Ach so. Ja. Ah, okay. Dann ist der sterzig nicht. Weil sonst hätten wir ja verloren. Los, Papo. Das ist nicht. Glutruhen ohne... Huah, huah, huah. Und dann hab ich jetzt aber auch einen Punkt, oder? Ja, wenn du's richtig... Wenn du sie gevotet hast, kriegst du einen Punkt. Ja, da kriegst du einen Punkt, Digga. Aber ich... Hat er mich überholt! Warum denn ich? Ja, ich dachte so... Warum ich? Ja, weil du hast... Nee. Einfach nur aus Trotz. Also, ich wurde am Anfang der Woche permanent weggevotet. Ohne Wunsch. Ja, wenn du Scheiße malst. Komm, eine kriegen wir noch hinterher, oder? Ja klar. Moin Mädels, moin Jungs! Zweite Runde! Finale! Finale! Jetzt ist doch die Entscheidungsrunde! Was? Okay, sorry. Dieses Wort... Dieses Wort gibt es im Deutschen nicht. Ich muss... Es macht mich... Es macht mich wirklich sauer. Macht's dich fuchsig. Aber jetzt ist die Frage, kennt ihr das? Was? So, ich mach das mal extra groß. Damit das auch jeder Dully checkt, Digga. Ich war... Wir sind keine Freunde. So, ich muss das jetzt so malen. Ansonsten versteht ihr nicht, dass das Wort so heißt. Smoke on the water. Ihr müsst halt wirklich legit genau das malen, was ich... äh... sagen... äh... schreiben. Hehehehe. Hehehe, ich bin ein Kammer. Ja, das stimmt. So, weißt du was nicht. Herzig Papo, hello. Hier auch nochmal so ein paar... Einfach, weil wir die Zeit haben. Ja, eben. Ich würde jetzt hier auch nochmal Gas geben. Zack. So. Und der ist jetzt extra... Groß. Ich muss natürlich nicht, ob die nur oben... sind. Also, ich möchte euch wirklich dran erinnern, wenn ihr das Bild jetzt bekommt und ihr euch fragt, Hä, warum? Dann schreibt einfach das... Ja, das ist das Spielprinzip. Danke Papo. Bitte. Bitte. Okay, schreib, hä, warum? Hä, warum? Hä, das ist einfach... Was... Was... Was soll das sein, Alter? Äh... Hä? Oder? Wer denn die Schlangen mit Bällen dann... Ich muss das... Also... Was ist, wenn... Das zwei Wörter sind... Aber... Ist eigentlich immer nur eins. Naja, aber das... Das geht hier nicht. Das ist auch einfach. Oh, Digga. Oh, Digga. Okay. Äh... Ja, das ist ein bisschen... Ja, das ist ein bisschen... Mach ich scheiler, Digga. Mach ich scheiler, Digga. Mach ich scheiler, Digga. Mach scheiler, Digga. Und da... Mehr braucht man nicht. Eigentlich, ne? Ja. Das ist alles, was wir brauchen. Ist das so? Erneut verbinden! Nein, ich will nicht mehr spielen. Ich würde jetzt das Risiko eingehen. Ich hoffe... Die Community hier in unserer Gruppe... Nee. Die Person... Rallt das? Ja? Und... Missinterpretiert das... Ja, ja, ja. Ja? Okay. Ja, dann muss man auch den... Raus haben. Versteht ihr mich? Der Lachs muss... Der Lachs... Muss... Keine Zeit mehr. Lütten! Mama mia, Mama ma... La... Mama mia... La 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 la... La 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 la... La la... Der Lachs muss... Okay, jetzt muss ich schnell Gas geben? Natürlich! Ganz schnell Gas geben. Ganz schnell Gas. Oh, sind noch wenige Sekunden auf der Uhr. Schafft Hennoblad die Zeichnung? Äh... Ist die Frage, zack! Okay. Ähm... Okay, wer auch immer das gemalt hat. Hä, wa? Hä? Oh nein, das ist gut! Oder? Nee. Also, nee, hä? Nein! Das müsste ja sowas sein, weil... Spielen wird das ja nicht voraus sein. Nein, doch! Oder? Also, rein vom Gedanken her. Hä? Ich rede wie ich meine. Äh... Okay. Alle fertig drücken! Wenn ihr jetzt fertig drückt, kommt ihr direkt, Maja! Ja, ja, ja. So. Das Letzte ist irgendwie immer besonders knapp, kann das sein? Sheriff. Okay, also jetzt reicht's mir. Ich wollte witzig sein. Nein, es reicht mir. Das ist doch kein Sheriff! Und da meinte ich nämlich, Among Us sind ja zwei Wörter, wie ob ich das jetzt zusammenschreibe. Ja, aber... Among Us Sheriff Morphet. Das Ding ist einfach... Ey, jetzt hört's aber auf, Christo! So, weil ich hab gedacht, ich hab ein bisschen simpler gedacht, weil Garthikphone wird niemals was mit Among Us nehmen. Erste Runde, alle verdächtigt, außer Scherzig, der ist nicht dabei. Na ja. Aber Garthikphone wird doch nix von den Among Us nehmen. Feilschütze? Ja, genau. Ein Feilschütze. Oh mein Gott. Falsch. Okay, smart. Okay, also Christo kann's nicht sein, der hat ja so getrihardet. Ja. Also besser kann man das Problem nicht lösen. Ja, voll gut. Von Google Translator. Das ist ein krasses Bild. Der Pfeil, wie er so noch ein Pfeil wegkommt. Warum Wolle? Okay, das kann bei mir, also... Aber, oder? Ja, sorry, jetzt muss... Aber das kommt... Das kam... Nein. Nein. Nee, Pollen fliegen in der Luft, Digga. Ja, aber... Könnte auch braun. Und da dachte ich so... Hä? Wer auch immer das gemalt hat, kann denn nicht wissen, dass ich das bekomm? Ja, ich hab drauf gegambelt. Brüling! Brüling! Das ist halt insane. Das wird richtig spannend gleich beim Voting. So. Tor. Ja, da hatte ich ein bisschen Zeitprobleme dann. Hab ich gemerkt. Oh, das war gut. Aber hast du das noch... Den Hammer noch schnell ge... Jo. Reingeflippt. Gerzig, du warst noch kein Mal Verräter, oder? Ich war heute kein einziges Mal Verräter. Dann ist jetzt die Zeit gekommen. Richtig. Richtig. Ja, der ist richtig sauer. Ja, aber sauer ist ja auch wichtig. Vor allem genug. Guck dieses Bild an. Ja, ist doch. Ja. So ein Obdachloser mit einem Viereckchen an. So, Berg. Berg. Okay, ja. Ist doch einfach. Ja, ja. Oh, da kann man aber... Oh, Hanno! Ja, ich hab den extra groß gemacht. Nein. Naja, du hast aber mehrere gezeigt. Ja, aber ich hab den... Ja, weil so viel Zeit ist. Ich hab den extra groß... So, danke. Ja. Ja, aber... Aber das ist, weil für mich jetzt... Ich war auch kurz davor, Gebirge zu schreiben. Und war so, nee, es ist ja nur ein Berg. So richtig. Wer ist es, Leute? Wir sind alle verdächtig. Nein, nicht wieder ich. Das ist die letzte finale Voting-Runde jetzt. Nicht richtig. Und ich muss sagen, Hanno mit dem Gebirge gerade... Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Also Papus ist für mich irgendwie nicht... Vetro Perspektive. Weil der hat irgendwie diesen Pfeilbogenschütze... Alter, das ist auch ein Wort. Pfeilschütze. Pfeilschütze. Da hast du einfach so ein nice Bild gemacht. Pfeilschütze. Ja, ja, Papus saved. Das ist wie so ein Joker. Ich kann einfach nicht zeichnen. Sterzig war noch nie dran. Ja. Und Gnu war sehr still. Gnu hatte ich einen Sheriff mit Among Us... Ja, das ist halt... Ich wollte nur witzig sein. Das ist halt sehr eindeutig. Finde ich. Gnu, wenn du jetzt... Das mit dem Gebirge verstehe ich aber auch. Aber für mich ist halt Gnu. Ich wollte nur witzig sein. Nein, ich wollte nur witzig sein. Und ihr sagt immer, dass ich still bin. Ich glaube, es ist Max. Warum? Geht jetzt in die Kommentare, wer es ist. Ja, wegen dem Gebirge. Wenn der Berg steht, so weiß ich nicht. Ja. 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 Oh, es ist... Ja. Es ist der Max. Es muss die Cue sein. Es muss der Max sein. Denn immer noch im Drop. Ja! Ja! Wenn der Henne auf mich losgeht, dann ist das... Aber das Gnu auch damit durchkommt, ist ja auch heftig, Mann. Ach komm jetzt. Schmoll nicht. So. Und damit bin ich auf dem zweiten Platz. Scheiße, paar Punkte raus. Aber ich habe die Henne nochmal wieder überzogen. Also vorbei. Bin ich rüber. Ja, also die Endtabelle gibt folgendes her. Gnudruh auf dem letzten Siegertreppchen Platz mit vier Punkten. Toll! Ich wollte jetzt extra einfühlsam sein, ne? Das ist mit dem Gebirge. Ja. Und dass dann Leute das verstehen, meine Notlage. Und Gnu haut da eine Among Us-Figur nach Sheriff rein. Ja. Schertig auf der vier. Mit fünf Punkten. Auch tolle Leistung. Ja, ich war heute nicht ein einziges Mal im Posse. Ja. Wie fühlt sich das an, immer ehrlich sein zu müssen? Aber dafür auch verdächtig. Hat aber auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Wie fühlt sich das an, immer ehrlich sein zu müssen? Fick dich. Gut. Und dann haben wir auf der drei. Das war so leicht abgehackt. Ach nicht. Haben wir den Hello, der ja in der letzten Folge richtig durchgestartet ist und jetzt verkackt hat am Ende. Hä? Ich hab Punkte gesammelt und nicht verloren. So. So. Gut. Doch, gerade eben. Braucht keiner klatschen? Ist okay? Nö. So. Und der Kalle hat sich auf die zwei hochgeboxt wieder zurück. Da kann man aber tausend Applaus da lassen. Wirklich stark. Und auf der Eins mit neun Punkten ist Papo, meine Damen und Herren. Abonniert Papo dafür, dass er diese Gartik-Vornrunde hier gewonnen hat. Ansonsten gibt's nächsten Montag. Oh, danke, Max. Ja, mach ich gerne. Auch bei den anderen natürlich gerne vorbeischauen. Montag geht's weiter mit den Süße bei Head of Blood oder Head of Uncut. Ja, ich freu mich, Kalle, ich freu mich. Wir sehen uns! Euer Kalle Kuschnalzi. Übergeben! Macht gut! Wie fandet ihr mein Intro? Schreibt es in die Kommentare. So, Freunde! Bis dann! Ciao! So, Freunde, bis dann! So, Freunde, bis dann! Er hat wieder Hänger. Oh, jetzt ist mir schwindelig, weil ich so viel geklatscht hab. Tschüss! Auf Wiedersehen! Tschüss!